Was wir derzeit erleben, das ist ein Krieg gegen den Mittelstand. Ein Krieg, der nie erklärt wurde, aber der ist mitten im Gange. Deutschland steht am Abgrund. Das wird schon bald den letzten klar. Denn nichts wird davon bleiben, wie es früher einmal war. Die nationale Katastrophe ist bereits im vollen Gange. Der Staat ist unfähig und bankrott. Ja, es dauert nicht mehr lange. Das Reich der Deutschen liegt am Boden, gematert und verschunden. Unser Heimatland blutet aus tausend Wunden. Sind wir im Weg? Ja, wir sind im Krieg gegen ein Scheißsystem. Sie führen Krieg gegen das eigene Volk. Eine Weltherrschaft streben sie an. Nur wenige kennen die Gefahr. Das ist kein böses Märchen. Das ist wahr. Wünschen sich willerlose Menschen. Öffnet eure Augen. Erkennt ihr es denn nicht? Sie wollen keine freien Völker. Und kein Selbstbestimmungsrecht. Als ewige Knechte im eigenen Land sollen wir sein. Aber auf Schorpresskosten leben sie wie die fetten Mahnen ins Speck. Benutzen sie den Staat als Selbstbestimmungsladen. Hinter all den Mächten steht ein System. Wer steckt dahinter? Na? Wer ist das wohl? Das bedeutet Verarmung. Das bedeutet, man darf nicht mehr darüber entscheiden, wie man leben will und wie man die Kinder erziehen will. Die Kinder, die werden unmittelbar nach der Geburt, nach Möglichkeit in eine staatliche Kinderkrippe gegeben, damit aus den Kindern ein sozialistischer neuer Mensch wird. Die Kinder, die Kinderkrippe, die Kinderkrippe, die Kinderkrippe, die Kinderkrippe haben.